Moin und Hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind hier an einem traumhaften Freistehplatz über den Dächern von Monaco. Davon zeigen wir euch auch gleich noch ein paar Bilder und dann, was machen wir dann? Dann fahren wir weiter zu unserem voraussichtlich letzten Stopp hier in Frankreich und zwar nach Monton. Das ist ja ein paar Kilometer weiter, kurz vor der italienischen Grenze. Ich würde sagen, los geht's! Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Nachdem wir in den letzten Wochen unter anderem das wunderschöne Nitze erkundet haben und durch die High Society Hochburg Monaco geschlendert sind, nehmen wir euch im heutigen Video mit auf den Weg von der traumhaften Mittelmeerküste der Côte d'Azur hin zu den schneebedeckten Bergen der französischen Alpen und lassen dabei aus Versehen unseren Kühlschrank komplett abtauen. Monton, wir kommen! Und auf dem Weg dahin fahren wir noch einmal kurz unten durch Monaco, denn ich will versuchen, ein paar Teile der Formel-1-Strecke abzufahren. Los geht's! Diesen Stellplatz hier über den Dächern von Monaco haben wir euch in unserem letzten Video schon etwas genauer vorgestellt. Aber da wir die Aussicht von hier oben so überragend fanden, sind wir eine weitere Nacht geblieben und haben noch ein paar Aufnahmen gemacht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist ja mal so, der erste Eindruck ist sehr, sehr gut, ist schön hier. Cota Syr hat was. Schade, dass es unser letzter Stop ist, wirklich. Ich wünschte, wir könnten noch ewig bleiben. Nicht ewig, dann will uns auch irgendwann einheitlich. Das ist ein Mensch. Nein, das ist ein Mensch. Wie lange ist ihr auf. Es war ein Mensch. Aber auch wie lange ist es ein Mensch. So sind die Gegenüber gerecht. super schön hier und da vorne ist die grenze zu italien ja wirklich irgendwie vor dieser vor dieser schlucht scheinbar das italien auch schön aber ich meine das hier das schon richtig schön danke an alle leute die es empfohlen haben und die stadt sieht für uns auch so ein bisschen italienisch schon aus also wir waren letztes jahr bei den cinque terre die ja auch nur ein paar hundert kilometer von hier in italien sind und ja das hat auf jeden fall total viele ähnlichkeiten damit so vom baustil her von den farben wie die häuser so an den hangen gebaut sind sehr schön und ja es erinnert uns so ein bisschen an italien und Musik Interessante Wege hier, die sind cool, die sind steil, hier ist ein bisschen wie Labyrinth hier So, hier steppt jetzt auch nicht der Bär, aber voll schön Musik Da? Ja, lass mal versuchen Musik 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 Das ist richtig gut Musik 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 Da steht, dass es bis zum 10. Dezember geschlossen ist. Wir haben heute den 19. Dezember. Das ist leider immer noch zu. Schade. Und die andere Kapelle da hinten ist auch wegen Arbeiten geschlossen. Musik 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 Jetzt weiß ich auch, wo die ganzen Menschen sind. Musik Wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Ja, mir auch. Musik Es ist immer gut, wenn er noch da ist. Schon mal die halbe Miete. Da sind wir wieder zurück beim Auto. Das war ein wirklich richtig cooler Ausflug. Wie fandst du es? Megaschön. Ich finde, es hat sich absolut gelohnt für uns hier nochmal bis kurz vor die italienische Grenze zu fahren. Sowohl die Strandpromenade als auch die Altstadt mit der Kirche, auch wenn wir jetzt nicht rein konnten, hat sich komplett gelohnt. Das ist wirklich total sehenswert und können wir nur empfehlen. Ja, stimme ich zu. Wie gesagt, ich fand es auch richtig richtig guten gelungener Abschied für unsere Tour durch die Côte d'Azur und unsere Tour durch Frankreich. Denn nach fast drei Monaten ist jetzt heute der Tag gekommen, wo wir langsam unsere Rückreise antreten werden. Wir werden jetzt in Richtung Deutschland losfahren. Wir fahren nicht über Italien und die Schweiz, was man auch machen könnte, sondern wir fahren ja einfach von hier ziemlich genau Richtung Norden und werden dann über Luxemburg nach Hause fahren. Kilometertechnisch ist das sehr vergleichbar und von der Zeit her auch, da wir eh ohne Mautstraßen fahren. Und wir werden unsere Kameras aber jetzt nicht wegpacken, sondern wir werden auch auf der Strecke nach Hause noch hier und da mal auf den Auslöser drücken, euch vielleicht zeigen, wo wir übernachten, wie die Straßen so sind. Wir haben selbst gar keine Ahnung, wir haben noch überhaupt gar nichts geplant. Wir wissen nicht mal, wo wir heute Abend hinfahren. Das werden wir jetzt alles gleich freestylen und ich würde auch sagen, damit wir noch möglichst lange bei Helligkeit fahren können, brechen wir jetzt auf. Los geht's. Wir sind im Schnee. So schnell kann es gehen. Wir sind gestern dann doch noch knapp fünf Stunden gefahren. Und jetzt sind wir hier irgendwo in den Bergen kurz vor Grenoble. Richtig, richtig cool. Also wir konnten das gestern im Dunkeln schon erahnen, wie es hier aussieht. Aber jetzt heute Morgen bei Sonnenschein aufzuwachen und um uns herum ist eine weiße Pracht, ist richtig, richtig cool. Was für ein Kontrast. Gestern Nachmittag noch am Strand an der Côte d'Azur und jetzt in den schneebedeckten Bergen. Richtig, richtig cool. Ich wünschte, wir könnten jetzt hier noch ein bisschen länger bleiben, Snowboard fahren, den Schnee genießen. Aber nein, wir steigen jetzt wieder ein und fahren weiter und versuchen heute bis zur Grenze von Luxemburg zu kommen. Wenn alles gut geht, mal schauen, wie schnell wir so vorankommen. Wir sind an dem Tag dann tatsächlich bis wenige Kilometer vor die luxemburgische Grenze gefahren. Von dem Stellplatz haben wir allerdings keine Aufnahmen, denn als wir abends angekommen sind, war es schon dunkel. Und vor allem, am Morgen wurden wir unsanft davon geweckt, dass es im Camper nur noch 8 Grad waren. Denn die Heizung ist ausgefallen, da über Nacht unsere Gasflasche leer gegangen ist. Draußen waren es minus 4 Grad, sodass wir dann lieber direkt losgefahren sind und die Heizung im Fahrerraum angeschmissen haben, statt nochmal zu filmen. Alles in allem war die Fahrt aber sehr entspannt, auch trotz der mautfreien Straßen. Und so sind wir pünktlich zu Weihnachten in der Heimat angekommen und haben dort unser Reisejahr 2021 Revue passieren lassen. Aber unsere Wohnmobil-Abenteuer sind damit noch nicht vorbei. Wir haben schon weitere große Pläne. Einige von euch wissen das vielleicht oder wahrscheinlich schon. Wir wollen im Januar, Februar aufbrechen in Richtung Spanien und Portugal und die beiden Länder ausgiebig bereisen. Genau. Und wir haben auch noch ein paar andere Ideen und Projekte geplant. Ob wir die alle so umsetzen können, wenn wir jetzt in Deutschland sind, das müssen wir mal gucken. Aber das werdet ihr sicherlich hier auf diesem Kanal sehen und wir werden berichten. Ja, also es kann sein, dass es jetzt irgendwie ein, zwei Wochen Pause hier gibt, weil wir uns mal ein bisschen sammeln und sortieren müssen. Aber danach geht es auf jeden Fall weiter mit regelmäßigen Videos. Das steht schon fest. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und wenn ihr vor allem mit uns durch Spanien und Portugal reisen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Und wie immer gilt, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, drückt auf den Daumen hoch. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und damit verabschieden wir uns jetzt für ein ganz, ganz kleines Weilchen und melden uns dann ganz bald wieder. Wie immer gilt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es freut uns riesig, dass ihr immer mit dabei seid und uns anfeuert und kommentiert und uns so liebe Nachrichten schickt. Das bedeutet uns viel, vielen, vielen Dank dafür und wir melden uns bald wieder.